Das Gefecht bei Werbach fand während des Deutschen Krieges im Rahmen des Mainfeldzugs am 24. Juli 1866 zwischen der Preußischen Allianz und der Deutschen Bundesarmee statt. Vorgeschichte Nach seinem Einmarsch in Frankfurt wurde der Befehlshaber der Preußischen Mainarmee Vogel von Falkenstein abberufen und durch Edwin von Manteufel ersetzt. Außerdem wurde die Armee auf 60.000 Mann verstärkt. Ab 21. Juli marschierten die Preußen von Frankfurt in Richtung Würzburg, um die Vereinigung der Bundesarmee zu verhindern. Nach Überschreitung des Odenwalds kam es bis zum 24. Juli zu Gefechten mit badischen, hessischen und württembergischen Verbänden des 8. Korps der Bundesarmee an der Tauber. Das 7. Armeekorps der Bundesarmee wurde durch die Bayerische Armee gebildet. Dieses Korps unter dem Prinzen Karl von Bayern befand sich im Raum Würzburg. Karl von Bayern war zugleich Oberbefehlshaber der Bundesgruppen in Süddeutschland und es war das Ziel, die beiden Bundesgur zusammen gegen die preußische Mainarmee in die Schlacht zu führen. Beteiligte Verbände Im Raum Wehrbach begegneten sich am 24. Juli 1866 die 13. Preußischen Division mit der Oldenburgisch-Hanseatische Brigade unter Befehl von Generalmajor Louis von Welzien, sowie die badische Division unter dem Kommando von Prinz Wilhelm von Baden, das aus vier Divisionen bestehende 8. Bundesgur unter dem Befehl von Alexander von Hessen-Darmstadt verteilte sich am 24. Juli auf folgende Orte. 4. Division bei Grünsfeld-Palmer unter Feldmarschall-Leutnant Erwin von Neiberg Die preußische Mainarmee bestand aus drei Divisionen unter Edwin von Mannteufel, kombinierte Division unter Generalmajor Eduard Moritz von Vli, Vorstoß auf Wertheim-Odrede-Bataille der beteiligten Verbände in zeitgenössischer Darstellung Punkt, Punkt, Ereignisse an der Tauber Auf dem Vormarsch stießen die Preußen auf drei Orte an der Tauber vor. Die Division Göben am rechten Flügel nach Tauber-Bischofsheim, die Division Bayer im Zentrum nach Werbach und die Division Vli am linken Flügel nach Wertheim. An der Tauber trafen die Preußen zunächst auf das VIII. Korps, das bereits den Abmarsch in Richtung auf Aschaffenburg plante. Am 23. Juli kam es zu einem ersten Gefecht bei Hundheim, jedoch erkannte der Befehlshaber des VIII. Korps, Prinz Alexander von Hessen zu spät, dass er der gesamten Mainarmee gegenüberstand. Kurz nachdem die Oldenburgische Brigade vor Hochhausen eintraf, Er reichte als Avantgarde der 13. Preußischen Infanteriedivision unter August Karl von Göben die Brigade Wange die Tauber bei Bischofsheim und begann am 24. Juli das Gefecht bei Tauber-Bischofsheim mit der Württembergischen Division des VIII. Armeekorps unter Generalleutnant Oskar von Hadeck. Die kombinierte preußische Division flieh überschritt ohne auf Widerstand zu stoßen die Tauber bei Wertheim. Prinz Alexander war davon ausgegangen, dass dieser Übergang durch das Bayerische Armeekorps gedeckt würde. Verlauf des Gefechts bei Werbach und Hochhausen Die Badische Division stand am 24. Juli um 12 Uhr zwischen Werbach und Werbachhausen auf dem rechten Ufer der Tauber und kontrollierte auch den Tauberübergang bei Hochhausen, wo zwei Kompanien des II. Regiments lagen. In Werbach selbst stand das III. Regiment. Von der Badischen Division kam die II. Infanteriebrigade mit fünf Bataillonen sowie zwei Artillerieabteilungen zum Einsatz, zusammen etwa 5000 Mann. Um 12,30 Uhr erreichte die Oldenburgisch-Hanseatische Brigade unter Generalmajor Luis von Velzin die Höhen südwestlich von Hochhausen. Nach Artilleriegefechten bei Hochhausen und Werbach begann um 15 Uhr der Infanterieangriff von drei Bataillonen der Oldenburgisch-Hanseatische Brigade. Auf Hochhausen. Die Oldenburgischen Brigade verfügte über drei Oldenburgische und ein Bremisches Infanteriebataillon sowie zwei Artillerieabteilungen. Unterstützung erhielt die Brigade durch das Fusilierbataillon des VIII. Rheinischen Infanterieregiments Nr. 70 und zwei weitere Artillerieabteilungen der kombinierten Division Bayer, sodass ca. 5000 Mann zum Einsatz kamen. Die Avantgarde der Division Bayer griff mit dem Fusilierbataillon des VIII. Rheinischen Infanterieregiments Nr. 70 und einer Artillerieabteilung ebenfalls noch in das Gefecht ein. Die badischen Truppen räumten Hochhausen ohne nennenswerten Widerstand. Um 16 Uhr begann der Infanterieangriff auf Werbach, wo die badischen Truppen heftigen Widerstand leisteten, aber letztlich den Rückzug im Weltsbachtal antreten mussten. Eine württembergische Batterie bei Impfingen schoss nun noch Hochhausen in Brand, wurde aber bald aus ihrer Stellung vertrieben. Die badische Division zog sich auf das bayerische Unteraltertheim zurück. Wobei die Nachhut bei Steinbach blieb, die badische Armee wurde damit aus dem Großherzogtum Baden hinausgedrängt, folgen. Prinz Alexander, der Oberkommandierende des VIII. Armeekorps, sah durch den Rückzug der badischen Division seine rechte Flanke bedroht und sandte noch am 24. Juli die hessische Division von Großrinderfeld nach. Wenkheim, das VIII. Bundeskorps vereinte sich mit dem aus Würzburg heranrückenden VII. Armeekorps mit den bayerischen Truppen. In Würzburg wurde am 3. August 1866 ein Waffenstillstand zwischen Baden und Preußen vereinbart. Bayern hatte bereits am 28. Juli Württemberg und Hessen am 1. August Waffenstillstand vereinbart.